Was haben wir versäumt in unser beide Leben? Wir machten keine Abenteuerlage voll, wir erzählten, warum ich weiß es nicht, liebten wir in verschiedenen Welten. Andere Dinge, Dorf, Musik, die waren mir so wichtig. Für uns zu wenig Zeit zu nehmen, das war einfach nicht richtig. Jetzt, wo deine Welt nicht mehr auf dieser Erde ist, du in einer anderen Zeit aufreisen bist. Wir hatten noch so viel vor mit Abenteuer und Spaß. Wir hatten uns versprochen, in fünf Jahren machen wir das. Doch jetzt, wo du bist, nicht mehr da. Verabd ich nicht mehr nach Afrika. Wir hatten uns noch vor ein paar Wochen bei uns zu Hause. Dafür getroffen. Vor einmal den fünf Jahren, da machen wir diese Fahrt. Durch Afrika ab jetzt wird dafür gespart. Doch das kann jetzt nicht mehr sein. Du liest mich allein. Du liest mich allein. Jetzt, wo deine Welt nicht mehr auf dieser Erde ist, du in einer anderen Zeit aufreisen bist. Wir hatten noch so viel vor mit Abenteuer und Spaß. Wir hatten uns versprochen, in fünf Jahren machen wir das. Doch jetzt, wo du bist, du bist nicht mehr da. Fahr auch ich nicht mehr nach Afrika. Es bleibt jetzt nur die Hoffnung. Es bleibt jetzt nur die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Dann werden wir zusammen auf eine galaktische Reise gehen. Und jetzt, wo du bist, denn jetzt, wo du bist, nicht mehr da. Fahr auch ich nicht mehr nach Afrika. Und jetzt, wo du bist, nicht mehr da. Untertitelung des ZDF, 2020